Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, hallo auch von mir, hier ist der Erik. Ich grüße alle ZuhörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten, an den diversen elektronischen Geräten, wo ihr das jetzt gerade hört, wann auch immer ihr das hört. Hier gibt es wieder Filme auf eure Ohren, jede Menge. Um genau zu sein, haben wir folgende Filme heute zu besprechen, nämlich The Kill Room. Ja, klingt jetzt erstmal ganz furchtbar, klingt so ein bisschen nach Saw, geht aber in eine ganz andere Richtung. Den hatten wir in der Sneak Preview und ich weiß gerade gar nicht, wann der in Deutschland anläuft. In elf Tagen steht hier, also nächste Woche läuft der an. Dann habe ich noch im Kino gesehen Poor Things im Rahmen meiner Oscar-Vorbereitung. Und jetzt mittlerweile habe ich meine Gedanken etwas sortiert, nachdem ich ja letzte Woche, ich hatte ihn ja schon vor einiger Zeit gesehen und letzte Woche wollte ich noch nicht so ganz drüber reden. Und wer den Film kennt, wird wahrscheinlich das nachvollziehen können, dass ich da erstmal ein bisschen gebraucht habe, damit der Film sich setzt. Dann war ich ganz frisch im Kino gestern in dem Film Wunderland, da geht es um das Miniatur-Wunderland in Hamburg. Und im Heimkino habe ich noch gesehen Exorzist-Bekenntnis, jawohl. Wow, Wunderland und Exorzist, also wow. Ja, Exorzist habe ich aber irgendwann letzte Woche schon geguckt und ja, dann Wunderland, wie gesagt gestern, der lief ja jetzt auch in unserem Lieblingskino an und da musste man den natürlich dort gucken. Aber wir haben auch natürlich noch in der kommenden Nacht, wir nehmen heute am 10.03.2024 auf, in der kommenden Nacht zum 11. findet ja in Los Angeles die Oscar-Verleihung statt. Da werden wir mal so ein paar Vermutungen abgeben, wer da eventuell gewinnen könnte. Jetzt, wir haben ja dieses Jahr kein Oscar-Tippspiel, da waren zu viele andere Themen, gerade bei mir beruflich und so weiter. Da habe ich das nicht auf die Schleife gekriegt, das fertig zu machen. Aber wir, Chris und ich, wir werden mal ein paar Sachen ins Rennen werfen, mal gucken, wer recht hat. Und dann natürlich in der letzten Nacht wurde ja die Goldene Himbeere auch verlost, nee nicht verlost, vergeben, ja prämiert. Ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Da werden wir natürlich auch die Gewinner vorstellen oder besser gesagt die Verlierer, die gewonnen haben. Und ja, lass uns mal rein starten. The Kill Room, Chris. Wer wurde gekillt und warum und weshalb und warum ein Raum? Warum ein Raum? Wir werden versetzt in die aktuelle Zeit, ist es glaube ich, das ist relativ, oder? Ja, ziemlich. Ziemlich aktuell. Wir haben Uma Thurman als Patrice, die eine, so eine Ausstellung, wie heißt das, so ein kleines Atelier betreibt. Kunstgalerie? Kunstgalerie heißt es genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Aber mit Verkauf, glaube ich, also die verkaufen die auch. Ja, wahrscheinlich ist Atelier. Ja, irgendwie sowas, also so eine kleine Kunstgalerie, wo man Sachen auch kaufen kann. Betreibt die relativ erfolglos und man merkt auch, dass langsam ihr das Geld ausgeht. Und die bekommt eines Tages. Peter Svegat klopft schon an die Tür, weil die Rechnungen werden nicht aufgemacht. Richtig. Peter Svegat. Und die bekommt eines Tages Besuch von Samuel L. Jackson und der spielt Gordon Davis und der ist selber Besitzer einer jüdischen Bäckerei und hat diese Bäckerei aber auch bloß zum Anschein, weil das ist ein ziemlich großer Geldumschlagsplatz, also Geldwäsche wird darin betrieben und alles. Nur Problem ist, dass das alles nicht mehr so ganz gut läuft und er deswegen auf der Suche ist nach einer Alternative und dabei eben feststellt, hey, man könnte das Ganze auch mit Kunst verbinden, mit Bildern, weil da trafen die Leute eh nicht, was da Kunst ist und wie viel das wert ist. Und sieht da einen Riesengeschäftszweig, kann da auch seine Geldgeber oder seine Bosse im Hintergrund dann tatsächlich davon überzeugen und ein bisschen bereit schlagen dafür. Problem ist nur, er braucht halt auch Kunst. Und das ist der Moment, wo Reggie ins Spiel kommt, gespielt von Joe Manganiello. Manganiello? Spricht das nicht so aus? Ja, wahrscheinlich italienisch stämme ich. Ja, kennt man aus, war da überall mitgespielt schon. Wir kamen das Gesicht unglaublich bekannt vor. Magic Mike war dabei, bei Justice League war auch dabei. Ja, guck, siehste. Und man könnte ihn kennen, weil der war mal mit Sophia Vergara verheiratet. Ah, ich. Okay, Magic Mike, Mythic Quest. Hat er in zwei Folgen mitgespielt. Mythic Quest, ah. Justice League, genau. Big Bang hat er mal folgende Folge mitgespielt. Also ist er so, schon ein bisschen rumgekommen. Und ja, er, Reggie ist eigentlich dafür zuständig, so ein bisschen Drecksarbeit zu machen, so ein bisschen Leute verschwinden lassen. Gerne mit einer Tüte über den Kopf und dann den Kopf schießen, wenn ich es richtig und richtig gesehen habe. Damit es nicht so die Sauerei ist. Und der ist halt auch, ja, in diesem Geflecht von den, von dieser, was ist, ukrainische, russische Mafia, irgendwie sowas, da mit drin. Und der wird dann quasi genötigt, erst mal ein Bild zu malen. So, hier, mal, mal, erst mal, was? Kann er überhaupt nicht malen. Aber quasi alles für den Erfolg, alles für die, die Sache, dass man irgendwie, und da halt wenigstens ein Bild hat, das man verkaufen kann. Und nach ein wenig Hickkack kommt dann tatsächlich diese Kunst auf den Markt. Und natürlich wird dann so ein gefakter Check ausgestellt und alles, dass es tatsächlich zum Verkauf kommt. Und damit das nicht eine einmalige Sache ist, wird das natürlich nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht. Und der saugt sich quasi irgendwelche Ideen für Bilder aus den Fingern und es sieht halt teilweise echt, ich will nicht sagen schlimm aus, sondern einfach nur so, es hat einfach irgendwas hingerotzt und es wird als Kunst verkauft. Und so werden die Bilder von ihm unter dem Decknamen Backman, Backman, ich habe mir gerade überlegt, Backman, werden dann die Bilder in Umlauf gebracht und rufen natürlich dann Kunstsammler auf, die dann sagen, oh, aufstrebender Künstler und ha, und eigentlich ist es potthässlich, aber alle wollen das haben, also will ich es auch haben. Und so beginnt das tatsächlich ein wenig, ja, ich will nicht sagen, aus dem Ruder zu laufen, aber genau das tut es eigentlich, weil die Kunstszene halt, die da in diesem Film dann doch ziemlich hops genommen wird, auch voll drauf anspringt und eben Reggie so eine Zweitkarriere macht. Aber jetzt ist natürlich immer noch die Frage, was hat denn das alles mit dem Namen von dem Film zu tun, weil The Kill Room passt bisher ja überhaupt gar nicht. Und ich kann nur so viel verraten, das spitzt sich zu, man will raus aus der Situation, aus dem Ganzen irgendwann und dann ergibt hinten raus der Name durchaus Sinn. War das jetzt möglichst spoilerfrei? Das war super, ja. Spoilerfrei dargestellt. Wie du deine Kurve kriegst, aber hast du gut gemacht. Ja, spannend. Jedenfalls ein, wie ich fand, unglaublich charmanter Film, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, der sehr, sehr skurril manchmal ist. Der aber von seiner Situationskomik teilweise lebt, bei aller Härte, die mit drin ist. Ich denke, die Beschreibung Actionkomödie, Krimi passt eigentlich fast perfekt. Also das, was Nicole Paone, heute habe ich es mit Namen, es tut mir sehr, sehr leid. Wie würdest du es aussprechen? Ja, Paone wahrscheinlich. Paone. Was, was die da zusammengestellt hatten, das Drehbuch von Jonathan Jacobson, das Geschäfte ist einfach, was die da umgesetzt haben, sehr, sehr cool. Mir hat Samuel L. Jackson extrem gut gefallen in dem Film. Das gab ja mal, ich habe es zuletzt irgendwo gelesen, eine Auflistung für, wie viel Geld er pro Motherfucker verdient, was er auch in diesem Film sagen darf. Es ist auf jeden Fall extrem cool gemacht, auch die Beziehungen, wo da untereinander dann entstehen und wo schon da sind und wie das Ganze ins Laufen kommt, was da noch dahinter steckt und so. Also fand ich sehr, sehr lustig, sehr, sehr charmant erzählt, ein sehr, sehr charmanter Kriminalkomödienfilm, ohne komplett abgedreht zu wirken, also ohne Pipi-Kaka-Homo groß. Klar gibt es mal auch eine Szene, die eher schwierig ist, wenn, ich meine das mit der Ausstellung, wo einfach irgendjemand zu viele Substanzen, illegale Substanzen eingeworfen hat und das halt nicht so ganz verträgt. Einfach, einfach köstlich teilweise, gut dargestellt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. Es verging wie im Flug die Zeit auch, es waren jetzt knapp 100 Minuten rum, ich glaube 98 oder sowas sind es, ah ne 102 Minuten sogar, ich nehme alles zurück. Die vergehen tatsächlich auch wie im Flug, weil es in einem sehr angenehmen Tempo auch erzählt ist und ich bin wirklich voll des Lobes, also es ist wirklich so ein Film, den man bedenkenlos empfehlen kann, wo man sagen kann, hey, wenn ihr mal echt Lust habt auf eine echt cool gemachte Action, tatsächlich auch ein bisschen Action drin, aber Krimi-Komödie, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen, The Kill Room. Wie siehst du das, Erik? Ja, ich fand es einerseits schon ein sehr gelungenes, sehr gelungene Komödie mit satirischen Ansätzen, die so ein bisschen diese ganze Kunstwelt so ein bisschen auf die Schippe nehmen. So nach dem Motto, ja, wenn jetzt jemand bereit ist, da sehr viel Geld für ein Kunstwerk zu bezahlen, dann muss das ja was wert sein und dann will ich das ja, will ich von diesem Künstler auch etwas haben. So nach dem Motto, auch wenn das jetzt völlig suspekt ist und dubios ist, wo das Geld jetzt herkommt und irgendwas, aber trotzdem, diese ganze Kunstwelt funktioniert halt auf diesem ganzen schönen Schein, der da irgendwo erweckt wird und dem Versprechen, dass vielleicht irgendwas mal Wert haben wird. Und ja, was mich da wirklich an diesem Film gestört hat, ist, dass der war nicht rund, der hat sich nicht komplett rund angefühlt. Da waren Szenen drin, wo man dachte, Moment mal, diese Szene gehört eigentlich jetzt vor die Szene, die wir jetzt gerade gesehen haben, so rein vom Ablauf her und es waren auch so Sachen drin. Und ich habe dann am Ende gedacht, wahrscheinlich wurde Samuel L. Jackson erst später zu diesem Projekt dazu bekommen, zugerufen, weil es sind wirklich nur Szenen am Anfang mit ihm drin und ganz am Ende. Und zwischendrin taucht er überhaupt nicht auf. Und was mir dann auch nochmal aufgefallen ist, die Bad Guys, da gab es ja diese zwei, die immer bei Samuel L. Jackson rumgehangen haben, waren nicht dieselben Bad Guys, die in der Mitte des Films immer aufgetaucht sind. Da sind zwei andere Typen aufgetaucht und die, die dann bedroht haben. Wahrscheinlich war die eigentliche Idee des Films, dass Yuma Thurman diese Kunstgalerie hat und dass es da irgendwie einen Mörder, einen Hitman gibt, der nebenbei malt und sie verkauft halt dann irgendwie die Bilder oder sowas. Und das geht plötzlich durch die Decke oder so. Das könnte ich mir denken, das war die eigentliche Intention des Films. Und dann hat man gedacht, naja, eigentlich ist das ein bisschen meh. Das hat nicht so den richtigen Kick und lass uns doch mal Samuel L. Jackson, was ein genialer Schachzug war, weil Samuel L. Jackson und Yuma Thurman, die funktionieren einfach sehr, sehr gut auf der Leinwand. Und schon seit Pulp Fiction und Kill Bill und die Szenen mit den beiden zusammen am Anfang und am Ende haben diesen Film wirklich übers Mittelmaß hinweggehoben, weil der ganze Rest, der war so ein bisschen, ja, so ein bisschen hat nicht so richtig sich zusammengefügt. Da fehlte so ein bisschen dieser rote Faden, wahrscheinlich auch jede Menge Script-Doctoring, weil dann eben noch was geändert werden musste und so weiter. Weil, wie gesagt, die Bösewichte sind völlig anders, wo man gedacht hat, ja, vielleicht fällt denen das nicht auf, den Zuschauern oder so, keine Ahnung. Ja, also ich habe auch schon mal irgendwie, wo ich dann zu Hause war, nach der Sneak nochmal versucht nachzulesen, ob das irgendwie so war, dass es irgendwo steht. So, ja, da wurde später dazu, aber ich habe nichts gefunden, aber es wirkt sehr stark so. Und deswegen ist der Film nicht so richtig rund für mich, was sehr schade ist, weil er hätte sehr viel Potenzial gehabt, da ein richtig, richtig cooler Film zu werden. Und da sind coole Dialoge drin und alles und schöne Szenen drin und sehr witzig auch und ein cooles Ende. Aber, ja, dieses Komische, das hat sich für mich nicht rund an gefühlt, ich weiß auch nicht. Schade. Ja. Aber ja, ich stimme dir da schon zu, also es war schon manchmal ein bisschen holprig, aber da habe ich großzügig drüber hinweg gesehen, was eben echt Spaß gemacht hat. Also, Spaß gemacht auf jeden Fall. Also für die Sneak top, absoluter Top Film. Für die Sneak absoluter Top Film. Also wirklich absoluter Top Film für die Sneak. Tolle Darsteller, cooles Ding und witzig und alles und geht auch nicht so lang mit einer Stunde 38. Das ist schon ein absoluter Top Film für die Sneak. Also wer den in der Sneak bekommt, kann sich glücklich schätzen. Besser als jede Menge andere Quatsch, die wir da zu sehen bekommen. Ja, das ist Anatomie des Falls und sowas. Ja, wenn man da ein bisschen mehr Wert gelegt hätte auf das Drehbuch an sich, dass das ein bisschen besser gepasst hätte, das wäre super gewesen. Und vielleicht ein bisschen schärfer noch die Kritik an diese ganze Kunstwelt und vielleicht, wenn man gedacht hätte oder wenn man gewusst hätte, man kriegt Samuel L. Jackson von Anfang an. Deswegen hat man den noch ganz bewusst. Der taucht nie so richtig. Ich glaube, da gibt es nur eine Szene, wo er mal in dieser Kunstgalerie ist. Aber sonst sieht man ihn immer nur in seiner Bäckerei und irgendwas. Ja, na gut. Was geben wir denn so punktemäßig? Ich gebe mal 6,5. Ich glaube, in unserer Metro-Chloria-Sneak-Facebook-Gruppe habe ich aufgerundet auf 7, was auch soweit okay ist. Ja, ich bin bei 7,5. Das heißt, ich werde aufrunden auf 8. Ich habe den Film sogar schon weiter empfohlen auf Arbeit. Ja, weiter empfehlen. Wäre ich auch mal gefragt, was so kam. Wie gesagt, er läuft in 11 Tagen an. Das heißt also, rechne, rechne, am 21. Am 21. Also in zwei Wochen erst. Am 21. März läuft er im Kino an. Da werden wir dann, denke ich mal, nächste Woche drüber berichten, was da noch so anläuft. Vielleicht kommt da nichts Besonderes weiter. Dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reingehen. Wie steht hier bei Moviepilot? Actionfilm-Schwarze Komödie. Ja, passt ja. Okay, und wie schauen denn die Sneak-Tipps aus für die morgige Sneak-Preview? Für die Sneak 1207 am 11.03. am Montag, 11.03.2024. Da ist der Tipp schlechter Einfluss. Erik, was sind denn da für Tipps eingegangen? Ich habe selber getippt, den letzte Woche schon mal jemand getippt hat, nämlich kleine schmutzige Briefe. Der Trailer ist sehr witzig. Also den könnt ihr euch mal angucken. Ich habe den mit verlinkt in der Chloria-Sneak-Gruppe. Da bekommt eine ältere Frau immer wirklich sehr Dirty-Talk-Briefe. Und daraus, ja, guckt euch den Trailer mal. Ich will mir nichts verraten. Und der Martin tippt noch Club Zero. Da weiß ich jetzt gar nicht, worum es da geht. Das waren erst mal die zwei einzigen Tipps, die es hier gibt in der Gruppe. Schauen wir mal, ob einer davon kommt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich morgen in die Sneak kommen kann, weil da ist älterer Abend. Ob ich den gewonnen habe oder ob meine Frau geht. Mal schauen. Wahrscheinlich habe ich den diesmal gewonnen. Mal gucken. Okay, dann. Weitere im Kino gesehene Filme. Da kommt ja heute ein bisschen was. Ich habe ja Poor Things gesehen. Hast du davon schon mal irgendwas gehört? Wahrscheinlich schon, oder? Gehört schon. Ja, auf jeden Fall. Natürlich, gehört auf jeden Fall schon. Das ist der mit Emma Stone, ne? Ja. Und Mark Ruffalo. Es gab, vor einiger Zeit war auch Oscar nominiert. Bin mir gar nicht sicher, ob der auch was gewonnen hat. Ein Film, The Favourite, war zumindest nominiert. War auch selbe Regisseur und dasselbe Drehbuchautor. Und bei Poor Things wurde ein Roman adaptiert, der wohl sehr bekannt sein soll. Der 92 ein Bestseller war, den ich jetzt auch nicht so weiter kenne. Auf dem basiert das. Poor Things ist kein einfacher Film, sage ich gleich. Es beginnt mit einer Szene, wo eine junge Frau, also Emma Stone, geht auf eine Brücke und stürzt sich von der Brücke. Und in der nächsten Szene, also die Anfangsszene ist noch farbig, dann die nächste Szene ist schwarz-weiß. Und wir sehen William Defoe, der sehr entstellt ist im Gesicht, der diese junge Frau wieder zurückholt ins Leben mit, ich sag mal so, Frankenstein-ähnliche Mittel. Ja, also es wirkt halt dadurch auch, dass es so schwarz-weiß gedreht ist wie so ein alter Frankenstein-Film hier, irgendwie Boris Karloff oder sowas. Und es ist auch so, dieses ganze Bildformat ist dann auch anders und es wirkt halt so wie so eine alte Kamera, die das gedreht hat. Und ja, er weckt sie wieder zum Leben und wir sehen dann, oder er sagt dann auch, ja, die muss ich jetzt erst noch wieder zurechtfinden, weil das hat alles irgendwie zurückgesetzt und so. Und sie muss alles erst mal wieder lernen. Sie ist zwar im Körper einer erwachsenen Frau, also Emma Stone, wie wir sie kennen, aber sie hat halt, sie muss halt alles neu lernen. Also sie muss sprechen neu lernen, laufen lernen und so weiter und so fort. Und der Geist ist auch noch gar nicht so richtig im Einklang mit ihrem Körper und diese, sie ist aber sehr wissbegierig, sie will alles lernen und ganz schnell lernen und sehr viel lernen und entwickelt so nach und nach wieder eine eigene Identität. Es ist aber am Anfang wirklich, ja, teilweise sehr schwer dazu zu schauen und zu folgen und weil das auch alles so extrem abgedreht wirkt und die ganze Art, wie es gedreht ist. Und ja, der Dr. Goodwin Baxter, gespielt von William Dafoe, der ist auch an der Universität und lehrt dort Anatomie. Das wird auch in sehr drastischen Bildern gezeigt, wie welche Körper geöffnet werden und das spielt halt alles auch. Wann spielt das eigentlich so? In 1900, ich weiß nicht, so Jahrhundertwende oder so, schätze ich mal. Und da sitzen halt die ganzen Zuhörer an der Uni noch wie in so einer Art Amphitheater so nach oben und schauen dazu, wie er das macht. Und wir sehen dann halt, dass er wirklich so fast wie Dr. Frankenstein solche Kenntnisse hat über den Körper. Und ja, das ist auch schwer anzusehen. Und aber einer von seinen Studenten, der zeigt da besonderes Interesse auch und den nimmt er dann auch mal mit nach Hause. Der soll da Studien anfertigen, auch über die Bella, gespielt von Emma Stone, die jetzt nach und nach das alles wieder lernt. Und er verknallt sich so ein bisschen in die. Und jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wie der eigentlich hieß. Das war nicht Mark Ruffalo, sondern, ja genau, Rami Youssef, der Max, genau. Da verknallt sich so ein bisschen in die und würde sie auch gerne heiraten, macht ihren Antrag. Sie kommen sich da auch so ein bisschen näher, obwohl sie wirklich immer noch sehr neben dem Weg läuft. Und sie nimmt auch diese, ja, diese Verlobung nimmt sie auch an. Aber dann tritt Mark Ruffalo, der Duncan, Weatherburn in ihr Leben. Der ist halt wirklich so ein Lebemann, so ein Gigolo, der die Welt gesehen hat. Und sie ist ja total interessiert an allem und der William Dafoe, der will sie halt eher dort eingesperrt halten. Sie soll halt nicht rausgehen, weil sie natürlich mit ihrer Art und Weise mit der Welt da draußen gar nicht klarkommen würde. Und ja, dann Mark Ruffalo nimmt sie dann halt mit raus, nimmt sie mit in die Welt. Sie reisen, aber irgendwann geht dann halt auch mal das Geld alle und sie müssen sich auf andere Weise durchschlagen. Und was aber das eigentlich ist, wir sehen, eigentlich geht es in diesem Film um die Entwicklung von Emma Stone. Und wir erfahren dann auch Sachen relativ früh auch und es wird auch überall genannt. Deswegen wäre ich es jetzt auch mal mit nennen, falls jetzt irgendjemand den Film noch sehen möchte und wirklich gar nicht gespoilert werden möchte. Das ist jetzt kein richtiger Spoiler, weil man liest es sowieso überall und es kommt teilweise sogar im Trailer. Aber wer es noch sehen möchte, muss jetzt mal so 30 Sekunden skippen. Denn es ist so, Emma Stone, als sie sich am Anfang umgebracht hat von der Brücke, hat sie ein Kind in sich getragen. Und William Dafoe hat halt, weil das Gehirn zerstört war, durch die, durch die, das Luft gefehlt hat unter Wasser. Aber Emma Stones Gehirn war halt zerstört, hat er das Kind oder das Gehirn von dem Baby in sie eingepflanzt. Deswegen muss sie halt alles auch wieder neu lernen und fängt quasi wieder bei Null an. Und wir sehen halt, wie sie dann anfängt, Sachen zu lernen. Und sie entwickelt sich aber in so eine Art und Weise, in so eine kindliche Art und Weise, dass sie eben alles in Frage stellt. Diese typischen Geschlechterklischees, diese Rollenbilder, die es damals gab, die akzeptiert sie halt einfach nicht, weil sie hat da so eine kindliche Naivität sich erhalten. Und sie akzeptiert es eben überhaupt nicht, dass sie Männer irgendwie herumschubsen wollen oder ihr sagen wollen, was sie macht. Nee, sie macht halt einfach, was sie, was sie denkt. Und als sie auch dann das erste Mal so Geschlechtsverkehr erfahren hat, findet sie das ganz, ganz toll und will das nur mit allen haben. Und es ist völlig egal, was, was die Gesellschaft darüber sagt. Und auch dann später, als sie in finanzielle Nöte geraten, in, wo sind sie da, glaube ich, sogar in Paris oder so, da macht ihr so eine, 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 eine Puffmutter, kann man sagen. Macht ihr so ein Angebot auf der Straße, dass sie doch bei ihr Geld verdienen kann, weil sie sieht ja ganz gut aus. Und da arbeitet sie dann auch eine Weile im Bordell. Und das hat auch wirklich sehr, sehr explizite Szenen, die Emma Stone wirklich, also die zieht da völlig blank und hat da wirklich heftige Szenen. Also das erfordert schon einigen Mut, auch von der Darstellerin sich so zu zeigen in so einem Film. Aber sie hat wahrscheinlich auch gemerkt, dass das, dass der Film was ganz, ganz Besonderes ist und dass es wert ist, für diesen Film auch sich so zu zeigen, weil es ja immer schwierig für so eine Schauspielerin. Das kann man ja gar nicht mehr irgendwie rückgängig machen, weil die Bilder sind ja immer draußen, gerade heutzutage. Und ja, ich will mal nicht ganz so weit ins Ende vom Film jetzt gehen, wie das dann noch weitergeht. Und es ist auf jeden Fall eine wesentlich feministischere, stärkere Geschichte, als Barbie jemals sein könnte, der Film. Deswegen, es ist wirklich, also auch toll gedreht. Es ist wirklich nur dieser Anfang, es ist ein Schwarz-Weiß, dann ist alles in Farbe. Dann, wenn sie anfängt, die Welt zu entdecken, wird es halt in Farbe. Es wird sehr viel gespielt mit Kameraeinstellungen, mit Bildformaten, mit, ach, die Musik. Ich muss auf die Musik noch eingehen. Gab es jetzt auch eine Folge bei diesem einen Podcast, den ich höre über Filmmusik. Da wurde das auch nochmal so rausgearbeitet, was die Filmmusik zu bedeuten hat in diesem Film. Das ist auch absolut großartig. Am Anfang wirklich teilweise noch total schräg, wo sie selber noch nicht im Einklang mit sich selbst ist. Und dann je mehr sie mit sich in Einklang kommt. Und gerade wenn sie dann mit ihm um die Welt reist, sind sie dann auch teilweise elend. Und sie möchte den Leuten helfen und schenkt denen all ihr Geld. Und dann sind sie selber arm und so weiter. Es ist wirklich ein wahnsinnig toller, runder Film. Gut durchdacht. Der Spaß gemacht hat, kann man nicht direkt sagen. Weil es war auch immer so eine bedrückende Stimmung mit dabei. Aber es war einfach ein richtig guter Film. Und je länger man da zugeschaut hat, umso tiefer hat es einen reingezogen in den Film. Und es hat mich auch sehr bewegt an vielen Stellen. Und es war wirklich ein absolut überragender, toller Film, der meines Erachtens, wir kommen ja später noch zu den Oscar-Tipps, wirklich ein absolut verdienter, bester Film des Jahres wäre. Also nicht nur, weil er einfach eine starke Geschichte hat über Emanzipation, sondern auch dieses ganze Verrückte, dieses Weirde, diese Art, wie es gedreht ist. Und da ist so viel drin, was Film und Kino einfach ausmacht. Und einfach wahnsinnig gut, kann man nur so sagen. Und mittlerweile, wie gesagt, ich brauchte erst mal ein bisschen Zeit, weil das war so eine Bilderflut. Und man sitzt da im Kino und es haut einen förmlich um. Deswegen von mir neun Punkte für Poor Things, neun Punkte deswegen, weil ich den Film so schwer und bedrückend finde, dass ich ihn wahrscheinlich nicht nochmal in der kompletten Gänze anschauen würde. Ich würde wahrscheinlich diverse Szenen mir gerne nochmal anschauen. Aber nochmal, das komplette Werk, der geht ja auch ein ganzes Stück. Wie lange geht denn der? Ich finde es gerade nicht. Zwei Stunden 21. Ja, das ist immer so eine Sache. Also wenn die wirklich so lang gehen, dann kann man den nicht einfach zu Hause mal reinhauen, wenn es den auf Blu-ray gibt und so, ach, ich gucke mir jetzt mal Poor Things an. Bei kürzeren Filmen geht das dann schon mal. Aber toll, wirklich toll gedreht, sehr empfehlenswert, Poor Things. Ja, wahrscheinlich auch die Darsteller Oscars oder die, falls nominiert sind, Mark Ruffalo hätte es durchaus verdient. Und William Dafoe, großartig in diesem Film, wirklich großartig, der so total entstellt ist, der auch eine wahnsinnig düstere Geschichte mitbringt, woher seine Entstellungen kommen und was mit ihm passiert ist alles. Und ja, sehr, sehr guter Film, Poor Things, absolute Empfehlung. Und ja, gleich zum nächsten Film. Ich muss bloß mal kurz einen Schluck trinken. Ja, mal kurz durchatmen, Erik. Klingt auf jeden Fall spannend. Und wenn du die Frage stellst, ob mich das interessieren würde, ja, das klingt jetzt wirklich wie ein Film, den ich mir auch mal angucken würde. Ist nichts für einen schönen Sommertag, wenn man sagt, man will jetzt mal einen Feelgood-Film sehen oder so, sondern ist eher was, wo man sagt, okay, ich gehe heute mal ins Theater. So, wenn man diese Stimmung hat, ich schaue mir jetzt mal was richtig künstlerisch Gutes an und ich bringe das Mindset jetzt mit heute, dann kann man so einen Film schauen. Okay, Wunderland ist auch auf seine Weise bewegend, aber jetzt nicht ganz so heftig wie jetzt, kann man jetzt ein bisschen miteinander vergleichen, ist eigentlich Quatsch. Also wir waren jetzt gestern in diesem Wunderland-Film, deutscher Zusatztitel vom Kindheitstraum zum Welterfolg. Es geht um das Miniatur-Wunderland in Hamburg, die ja quasi nicht nur eine Eisenbahnplatte da gebaut haben, sondern wirklich eine komplette Welt wurde da gebaut oder mehrere Welten mittlerweile. Und das wird quasi, ja, so, ich weiß nicht, ob man es direkt als Dokumentarfilm bezeichnen könnte. Wir haben uns auch hinterher ein bisschen, ja, wir haben ein bisschen überlegt, ist das jetzt ein Dokumentarfilm oder ist es, wie nennt man das? Weil es waren viele Szenen drin, also die beiden Brüder, der Gerrit und der Frederik, genannt Freddy, die Zwillingsbrüder, die erzählen halt zum einen aus ihrem Leben, was sie, ja, wie sie aufgewachsen sind und auch mit ihren, was sie für Probleme hatten in der Kindheit. Da war eben nicht alles so, so wundervoll und toll und was sie wahrscheinlich dann dazu geführt hat, dass am Ende des Weges eben diese Idee von diesem Miniatur-Wunderland steht. Und das ist schon auch sehr dramatisch und auch sehr, sehr bewegend, was da gesagt wird. Und dann hat man so einen kleinen Kniff angewendet, dass teilweise so kleine Figuren sich in dieser, in dieser Miniatur-Wunderland-Welt auch bewegen. Da sind so animierte Figuren, sehr schön gemacht. Und dazu kommt auch noch, wie sie dann eben so Schritt für Schritt erzählen, das ist dann eher so dokumentarisch, wie es alles anfing. Man sieht so Aufnahmen, die beiden Brüder, die hatten vorher irgendwie eine Disco in Hamburg gehabt in den 90ern und hatten dann auch die Idee von diesem Miniatur-Wunderland und haben dann so eine Art Casting gemacht, wo sie Leute eingeladen haben, die noch was gebaut haben und dann werden die Leute vorgestellt, die teilweise auch noch da sind. Und dann war eine interessante Geschichte dabei, die kannte ich so auch noch nicht, wo sie mit welchen aus Südamerika dann auch zusammengearbeitet haben. Und das war wirklich eine sehr bewegende Geschichte, weil die waren, die hatten irgendwie mal auf Deutsche Welle TV einen Beitrag gesehen über das Miniatur-Wunderland in Hamburg, hatten sich das aufgenommen und hatten die Videokassette irgendwie zigtausend Mal angeschaut und wollten auch sowas machen und waren total begeistert und haben da wirklich angefangen, da sowas zu bauen und die haben sich dann später auch getroffen und ich will mir nicht zu viel verraten, das war eine sehr bewegende Geschichte, die ich auch noch nicht kannte. Natürlich kommen da noch viel, natürlich Aufnahmen aus diesem Miniatur-Wunderland in Hamburg und was mich noch gewundert hat, wir waren gestern, ja 16 Uhr war die Vorstellung, in den Innenstadtkinos in Stuttgart im EM1 und als ich die Tickets gebucht habe, das war Freitag, als wir überlegt hatten, dass wir da ins Kino gehen, dass es da Nachmittag passt, zeitlich gesehen, weil da wollte ja meine Frau und mein Kleiner mit, weil die waren schon mal in Hamburg im Miniatur-Wunderland und man kam total begeistert wieder, ich war ja noch nicht mal da und dann habe ich geschaut und da war gerade mal ein Platz hinten in der Mitte belegt, letzte Reihe und dann habe ich für uns halt schön relativ weit vorne, wo ich eigentlich immer ganz gerne sitze, so drei Plätze gekauft und da waren quasi vier Plätze belegt, so einen Tag vorher, kannst du sagen, naja, am Abend vorher und als wir dann aber kamen, das war das EM1, du kennst es ja, ich weiß nicht, wie viele Plätze da insgesamt reinpassen, das war schon mehr als die Hälfte gefüllt, hätte ich nicht gedacht, ich dachte erst so, ja, Special Interest, da werden jetzt nicht so viele reingehen, aber war dann doch mehr als die Hälfte gefüllt, nachmittags zum Samstag, war ja schönes Wetter gestern, die Leute waren alle draußen, haben irgendwie Eis gegessen und so, also da ins Kino zu gehen, da musst du schon ein bisschen Commitment mitbringen und hat mich überrascht, bin ich gespannt, nächste Woche auf die Kinocharts, ob das da irgendwie einen Einfluss hatte, läuft halt nur im EM, jetzt nicht im ganz Großen, ist klar, aber... Ja gut, wie du sagst, ist schon ziemlich Special Interest, aber das klingt für mich wie so ein Film mit, ja komm, was machen wir heute mit unseren Kindern? Ach komm, gehen wir halt mal ins Kino mit denen, jetzt haben wir noch ein bisschen draußen, ein bisschen shoppen, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges ging noch. Auf jeden Fall, also es ist wirklich, ich kann nur sagen, ich war ja noch nicht im Miniatur Wunderland, ich hatte früher, hatte ich eine eigene Eisenbahnplatte, ist natürlich nicht vergleichbar, aber wer hatte das nicht, wurde immer Weihnachten dann meistens rausgeholt und so, wenn man eh nicht mehr so viel draußen spielen konnte und ich war jetzt noch nicht in Hamburg in dem, aber es hat mich trotzdem sehr bewegt und auch wie die erzählt haben, ich mag ja auch solche Geschichten, so wie, was weiß ich, von Zero to Hero und so weiter, wie sie das alles gemacht haben und welche Widerstände sie hatten und was es auch jetzt teilweise noch für Widerstände gibt und gerade auch so diese Teammates, die sie alle haben, auf die sie sich verlassen können, hat halt jeder so seine Fähigkeiten und ja, dann wird natürlich auch die Frage erörtert, warum gibt es nur das eine Miniatur Wunderland, warum haben sie jetzt noch nicht, es gab ja sehr viele Investoren, die irgendwo anders welche bauen wollten, warum gibt es da noch nichts und wirklich ein toller Film, also Wunderland, wer es ein bisschen mit Modellbau vielleicht hält, da ein bisschen noch das Kind in sich trägt, vielleicht als Erwachsene, auf jeden Fall mal reingehen in den Film, sehr empfehlenswerter Film, deswegen von mir auch acht Punkte für diesen Film, hat mich bewegt, die Geschichte so zu hören, ich habe zwar auch diverse Dokus schon gesehen, gibt es ja über das Miniatur Wunderland, aber da geht es meistens, ja, ich baue da jetzt hier diesen Berg und ja, jetzt fange ich halt so und so an, aber hier war halt noch viel mehr von dieser Hintergrundgeschichte und von den Schwierigkeiten und so weiter, das ist ein toller Film, empfehlenswert, geht da noch rein, wird wahrscheinlich nicht allzu lange laufen im Kino, wie gesagt, ist ein bisschen Special Interest, aber wenn ihr den noch erwischt, also diese Woche, jetzt Tag der Aufnahme ist ja 10.3., diese Woche wird er wahrscheinlich irgendwo noch Glück haben, den zu erwischen, rein da. Ja, okay, dann gucken wir mal, was da noch so anläuft, was dann eventuell dem Film dann Konkurrenz machen wird in dieser Woche. Bei den Kino-Neustarts übrigens, gleich sind zwei Filme dabei, die ich mir voll gut für die Sneak vorstellen könnte, wo ich voll Bock drauf hätte. Du musst erraten, welche. Okay, aber jetzt machen wir erst mal die Charts, jetzt gucken wir mal, ich glaube Platz 5, ja, weil Dune belegt die ersten zwei Plätze hier, oh, jetzt habe ich es verraten, shit. Poor Things, Platz 5, immer noch, absolute Empfehlung von mir. Platz Nummer 4, Bob Marley, One Love. Dann Platz 3, eine Million Minuten. Platz Nummer 2, The Zone of Interest. Ja, und dann, ich habe es schon gespoilert, sorry, Platz 1 ist natürlich Dune, aber es war ja eigentlich offensichtlich, der läuft in zwei verschiedenen Versionen, in Normal 2D und in Atmos 2D auch und genau, Atmos ist nur auf Platz 2, komisch. Ja, aber vielleicht verraten wir noch, dass es die Kino-Charts der Innenstadt-Kinos sind. Ja, natürlich. Gibt es andere? Nee, nicht gesagt, du hast nur Kino-Charts gesagt. Es gibt doch keine anderen hier, oder? Das sind doch die einzig Waren hier, also. Keine von Relevanz, sagen wir es so. Ja, also wenn ihr in Stuttgart ins Kino geht, Innenstadt-Kinos ist immer eine Empfehlung wert. Könnt ihr schön shoppen in der Innenstadt, dann mal ein bisschen ins Kino gehen und Wunderland angucken oder Poor Things, ein bisschen gute Laune holen bei Poor Things und dann mal rausgehen. Wow. So, was haben wir denn? Mal gucken, ob die Kino.de, ob die wieder auf Kurs sind bei den Neustarts. Mal kurz überfliegen. Oh, sieht komisch aus. Warte mal, lass mal kurz vergleichen mit Filmstarts.de. Also wir haben halt die Neustarts vom 14. März. Ja, doch ein bisschen der Anfang passt, glaube ich. Ja, müsste schon passen soweit. Das passt. Na dann? Das passt. Soll ich anfangen? Ja, ja. Es startet Miller's Girl, ein Psychothriller mit Jenna Ortega und Martin Freeman und da geht es irgendwie um einen Lehrer, wenn ich es richtig weiß. Ja, ja, da geht es um einen Lehrer, genau, einen Lehrer, Mr. Miller und gibt eben Aufgaben zum kreativen Schreiben. Das ist die englische Version von Contra. Ist es das? Ja. So ungefähr. Liest sich in der Beschreibung aber tatsächlich ein bisschen anders. Ach so, okay. Und zwar ein bisschen arg anders, weil die Jenna Ortega spielt Cairo Sweet, die ist 17 und beschreibt dann wohl in ihrem Text die Dynamik zwischen Lehrer und Schülerin und das droht den Lehrer in eine heikle Situation zu bringen. Okay. Und ich mag beide Schauspieler, deswegen es klingt extrem gut und schlechter Einfluss als Sneaktipp. Kann das sein. Ich hatte den Trailer gesehen, das sah ein bisschen nach Contra aus irgendwie, deswegen, na gut. Es läuft auch noch an, die Herrlichkeit des Lebens. Deutsch-österreichische Bestseller-Verfilmung über Franz Kafka und seine letzte Lebensgefährtin Dora Diamant. Ah ja. Dann startet Kung Fu Panda 4. Späte Fortsetzung über den Kampfsport begeisterten Panda-Bären Po und seine Freundinnen. Ist gerade ein riesen Kino-Tour mit H.P. Kerkeling, der wieder den Panda in Deutschen spricht. Kadusch. Ja, Imaginary startet auch noch, ein Horrorfilm über einen Teddybären, in dem eine dunkle Entität haust. Das wäre so mein zweiter Favorite für die Sneak-Morgen. Vielleicht der Einfluss. Da hätte ich irgendwie auch Bock drauf. Dann startet noch Creation of the Gods 1, Kingdom of Storms oder Creation of the Gods 1, Kingdom of Storms. Erster Teil der chinesischen Fantasy-Trilogie rund um das Ende der Shang-Dynastie. Okay. Startet auch noch The Persian Version. Da geht es humorvolles Drama über eine iranisch-amerikanische Familie. Ich gucke mal kurz, was da geht denn. Moment, als eine große iranisch-amerikanische Familie zusammenkommt, wird ein Familiengeheimnis aufgedeckt, das die entfremdete Mutter und Tochter in die Vergangenheit katapultiert, in der sie entdecken, dass sie sich ähnlicher sind, als sie dachten. Sie führen quasi ein Doppelleben. Okay. Oh ja, ja. Ja. Ähm, ja. So, was haben wir denn noch? Die anderen Sachen laufen die an. Warchief, Ungriff der Orks. Nee, steht hier nicht drin. Also, Kino.de ist irgendwie ein bisschen komisch geworden, aber die haben eine gute Zusammenfassung. Ja. Was haben wir denn hier noch? Ich würde ja noch Schleimkeim interessieren. Ja, ja. Du kennst Schleimkeim nicht, oder? Nee. Das ist eine DDR-Punkband, die habe ich damals sogar gehört. Genau, Schleimkeim. Ich fand den Namen eigentlich am coolsten. Die Musik war so, naja, aber der Name war irgendwie so cool. Und es ist quasi eine DDR-Punkband. Also, wer da so ein bisschen in den 80ern aufgewachsen ist oder so, wird da vielleicht da irgendwas mitbekommen haben mal. Es war halt immer schwierig. Also, Punk ist natürlich auch so gegen alles, gegen das Establishment und gegen Anarchie oder für Anarchie und sowas. War natürlich sehr, sehr schwierig in der DDR-Zeit. Und deswegen war das auch so ein bisschen so eine Art Rebellion und auch wenn man das gehört hat und so. Interessiert mich tatsächlich die Doku, aber gehe ich nicht dafür ins Kino. Ich hätte noch eine Komödie im Angebot. Ja, was hast du denn für eine Komödie? Erzähl mal. Alle hassen Johann. Okay. Johann Grande wird in finsteren Zeiten auf der kleinen norwegischen Insel Fröja geboren. Die Nazis haben den Planeten gerade in den Zweiten Weltkrieg gestürzt. Johanns Eltern beschließen deshalb etwas zu tun. und der in Norwegen einmarschierten Wehrmacht möglichst große Steine in den Weg zu legen. Also basteln sie Bomben und sprengen für die Nazis militärstrategisch wichtige Brücken, bis eines Tages eine der Aktionen schief geht und beide Elternteile bei einer der Sprengungen ums Leben kommen. Okay. Ich hätte auch noch Rückkehr nach Korsika. Da reist die 40-jährige Khadija. Sie arbeitet für eine wohlhabende Pariser Familie. Die bietet ihr an, einen Sommer lang auf Korsika sich um deren Kinder zu kümmern. Da reist sie mit ihren eigenen Kindern zurück nach Korsika. Und sie hat aber damals Korsika unter tragischen Umständen verlassen. Und diese Erinnerungen kommen dann nämlich wieder, als sie dann wieder zurückkehrt. Okay. Was ist denn Yoda? Yoda ist, nachdem es ihm nicht gelungen ist, ein viertes Flugzeug zu sichern, und der einen hohen Schaden erlitten hat, macht die Armee den kommandierenden Offizier Ahun Katyal Sitarth Malhotra zum Sündenbock seiner Eliteeinheit der Yoda Task Force. Infolgedessen verliert Ahun seine Uniform, seine Familie, seine Freunde und seine Frau. Das ist ein indischer Actionfilm. Später wird ein weiteres Flugzeug entführt. Und das Militär ist schockiert, als es Ahun unter sehr mysteriösen Umständen an Bord findet. Alles deutet darauf hin, dass Ahun sich auf einer Rache-Mission gegen das System befindet, das ihm alles genommen hat. Ist Ahun wirklich ein Verräter oder ist er Patriot, der sein Vater zu sein wünschte? So ein indischer Film, die haben ja meistens total überträhte Action-Sequenzen. So, was haben wir noch? Ein, ich nehme an, auch indischer Film, Yadnu Yudail Takri. Eine Romantik-Komödie, geht natürlich schlanke zwei Stunden dreißig, wie immer bei diesen indischen Bollywood-Filmen. Ja, und jede Menge Tanz, schätze ich mal. Okay, das war es, glaube ich, mit dieser Woche, mit den Neustarts. Und, ja, jetzt werfen wir mal einen Blick in die Goldene Himbeere. Schlechtester Film. Nominiert waren. Shazam, Fury of the Gods. Echt ein schlechter Film. Mac 2, Die Tiefe, war auch, fand ich, also, furchtbar. Also, der erste Teil, der war ja noch richtig cool. Aber der, ja, der neue jetzt nicht so. Und, Die Expendables 4, Exorzist-Bekenntnis, dazu komme ich später. Und Winnie the Pooh, Blood and Honey. Jetzt ist ja die Lizenz für Winnie Pooh ist ja jetzt ausgelaufen. Das heißt, Disney, irgendwie nach so und so vielen Jahren geht das dann ins Gemeingut über. Das heißt, es dürfen jetzt Filme gedreht werden, die nicht von Disney autorisiert sind und so. Das war ja der erste davon. Und ich habe von dem Film auch irgendwie zehn Minuten geschaut. Da dachte ich, was für eine Scheiße. Also, und der hat auch gewonnen. Der ist schlechtester Film geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, der hat noch einen Preis gewonnen. Hier, schlechtestes Leinwandpaar. Ja, schlechteste Neuverfilmung oder billigster Abklatsch, auch gewonnen. Da war zum Beispiel noch nominiert Ant-Man in the West, Condomania und Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Natürlich auch Exorzist-Bekenntnis und Expendables 4. Schlechteste Regie auch Rise, Frake, Waterfield for Winnie the Pooh. Da war auch nominiert Exorzist. Warum habe ich das nicht vorher gelesen? Warum habe ich mir diese Scheiße angeschaut? Ich hätte es mal vorher lesen sollen, wer da nominiert ist für die Rezis. Da hätte ich mir die Scheiße erspart. Ja, Winnie the Pooh hier auch. Schlechtes Drehbuch und so weiter. Haben wir hier irgendwas, was hier noch so ein bisschen raussticht? Schlechteste Schauspielerin Megan Fox. Schlechteste Schauspieler. Erstmal Russell Crowe für The Pope's Exorcist. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Nee, schlechtester Schauspieler ist John Voight für Mercy. Ja, ich habe nur die Nominierung gemeint. Vin Diesel für Fast and Furious 10. Ja, Chris Evans für Ghosted. Schlechteste Schauspielerin Megan Fox für Johnny & Clyde. Kenne ich gar nicht. Ist das sowas wie Bonnie & Clyde? Keine Ahnung. Anna de Armas für Ghosted. Himbeerenerlöserpreis. Was ist denn der Himbeerenerlöserpreis? Das ist glaube ich, wenn du eine goldene Himbeere oder mehrere bekommen hast und dann mal wieder eine richtig gute bekommen hast, einen richtig guten Film gedreht hast, dann bist du quasi erlöst von der, ja, irgendwie sowas. Okay, der hat Fran Drescher gewonnen. Ja. Von der Himbeeren nominierten für mein Liebling der Tyrann zur SAG Präsidentin, die die Schauspielergilde brillant durch einen anhaltenden Streik mit erfolgreichen Abschluss geführt hat. Okay. Schlechteste Filmpaarung. Winnie Pooh und Ferkel als blutrünstige Slasherkillerin. Vital. Zwei beliebige geldgierige Investoren, die zur Finanzierung der 400 Millionen US-Dollar teuren Remake-Rechte von Der Exorzist beigetragen haben. Oh je. Anna de Armas und Chris Evans in Klammern ohne Leinwandchemie in Ghosted. Was haben wir denn noch? Schlechteste Nebendarstellerin ist da irgendwas. Five Night at Freddy's, den fand ich jetzt nicht so. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas. Confidential Informant. Mel Gibson. Habe ich nicht gesehen. Habe ich auch mal gucken müssen. Jennifer Lopez, The Mother. Sehr interessant. Also das waren so die schlechtesten Filme. Und so wie ich das sehe, es gab ja teilweise mal Jahre, wo bei der Goldenen Himbeere eine Überschneidung da war zwischen der Goldenen Himbeere und den Oscars, wo ein Film oder eine Darstellerin sowohl für den Oscar nominiert war, als auch für die Goldenen Himbeere. Das ist dieses Jahr offensichtlich nicht der Fall, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe auf die Schnelle. Ja, okay. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber Oscars. Werden wir mal unseren Hut in den Ring werfen. Bester Film. Also es ist nominiert American Fiction. Den will ich heute noch gucken. Den gibt es auf Amazon Prime, glaube ich. Anatomie eines Falls. Barbie. The Holdovers. Aber dann übrigens viel Spaß, wenn du einen Film auf Amazon Prime guckst mit der Werbung zwischendurch. Du wirst es durchdrehen. Ich hasse es abgrundtief. Killers of the Flower Moon. Maestro. Den gibt es auf Netflix. Der soll scheiße sein. Den habe ich noch nicht geschaut. Oppenheimer. Past Lives. Poor Things. Und The Zone of Interest. Was denkst du? Chris. Auf keinen Fall Anatomie eines Falls, weil der ist einfach ganz furchtbar. Ich tippe auf Oppenheimer. Habe ich zwar nicht gesehen, aber so viel Gutes gehört und auch wie du davon geschwärmt hast. Deswegen Oppenheimer oder Poor Things könnte aber auch nach dem, was du heute gesagt hast, vorne dabei sein. Ich denke aber, es ist Oppenheimer. Ja, es ist schwierig. 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 Ja. Es ist halt, man muss halt ein bisschen, ich beschäftige mich manchmal so ein bisschen vorher, was so die Academy und die Yellow Press da und so, was die so. Dann hast du manchmal so ein Gefühl, wie vielleicht die Leute abgestimmt haben und habe ich diesmal nicht gemacht. Deswegen manchmal ist es so, dass eben solche Filme wie Poor Things, die eher so ein bisschen erst im Hintergrund waren und dann so plötzlich in den Vordergrund getreten sind durch den Erfolg, dass die größere Chancen haben, als jetzt, ja, Oppenheimer ist halt schon von Anfang an das Riesending gewesen, so und ich denke mal, wenn die Academy wirklich intensiv Poor Things geschaut hat, auch bis zum Ende geschaut hat, werden sie den als besten Film nehmen, weil da ist so viel drin und das entspricht einfach, Poor Things ist einfach ein Hollywood-Kinofilm. Da ist so viel drin, was Technik angeht, Drehtechnik, Musik, darstellerische Kunst und so weiter. Ich bin bei Poor Things, das wäre mein Favorit, wenn der kommen würde. Wo ich mich auch freuen würde, natürlich The Zone of Interest, der ist auch ein sehr starker Film, hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche vorgestellt. Oppenheimer, ja, fand ich auch sehr gut. Killers of the Flower Moon, den fand ich nicht gut, da würde ich mich nicht freuen, wenn der gewinnt. The Holdovers fand ich auch sehr gut, allerdings war der von der Aussage her, wenn ich den jetzt vergleiche mit einem Oppenheimer oder Poor Things, mit der Botschaft, die drin steckt oder mit Anatomie eines Falls oder so, ist der ein bisschen im Hintertreffen. Der ist gut gespielt, gut gedreht, aber ja, ich meine, der hat ja auch die anderen Filme von hier, von Dings hier, der das gedreht hat, komme ich gerade nicht auf den Namen, der hat ja auch plötzlich in dem einen Jahr gewonnen, hat keiner damit gerechnet. Also, meins wäre Poor Things, bester Film. So, bester, machen wir nur so die wichtigsten. Bester Regisseur, Justine Treat für Anatomie eines Falls, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, Nolan für Oppenheimer, Lantimos, Poor Things, Jonathan Glaser für Zone of Interest. Ja, Chris, du hast davon nichts gesehen, aber doch, Anatomie eines Falls, also. Ja, wenn ich Ausschussverfahren mache, dann der nicht. Keine Ahnung, da gebe ich es jetzt mal, das gebe ich jetzt einfach an an Poor Things. Ja, ja, da bin ich mir aber da, also gerade Regie, da wäre ich fast bei Oppenheimer, von der Regie her. Ähm, wobei natürlich, ja, also ein ganz knappes Ding zwischen Oppenheimer und Poor Things, würde ich sagen. Obwohl natürlich Regie-Technisch auch The Zone of Interest mit diesem, äh, Nazi, äh, ja, mit der Nazi-Familie, die eher so in der Art versteckte Kamera, das war doch schon Regie-Technisch auch so ein Kniff. Ach, naja, ich weiß nicht, wer. Was wollen wir noch alles machen? Wir machen noch... Hauptdarsteller, oder? Genau, Best Actor, bester Hauptdarsteller. Bradley Cooper für Maestro, habe ich nicht gesehen. Colman Domingo für Rustin, auch nicht gesehen, was ist hier los? Jarmati für Holdovers, den haben wir gesehen. Sil Murphy, ne, Killian Murphy heißt er, für Oppenheimer. Oder Jeffrey Wright für American Fiction. American Fiction geht es darum, dass ein, ein schwarzer Autor, der immer sehr, sehr gute Bücher geschrieben hat, aber sehr erfolglose Bücher geschrieben hat, anfängt, ähm, Bücher zu schreiben, wo er denkt, oder nee, wo, äh, wo er denkt, dass die Weisen gern Bücher von schwarzen lesen, die so geschrieben sind, also quasi solche Geschichten, und plötzlich hat er Erfolg damit, deswegen. Sieht auch ganz interessant aus, den will ich ja heute noch gucken, mal gucken. Was denkst du so, oder soll ich mal vorlegen? Leg du mal vor, ja. Ich tippe hier tatsächlich auf Killian Murphy für Oppenheimer. Ich rate komplett ins Blaue rein, ich sag, äh, Coleman Domingo für Rustin, Außenseiter wahrscheinlich, aber ist mir egal. Okay, und bestes Schauspieler, Annette Bening für Niat, den kann man auch online schauen im Streaming, Lily Gladstone, Killers of Flaumund, Sandra Hüller, Anatomie eines Falls, Carrie Mulligan, Maestro, oder Emma Stone für Poor Things, äh, das ist ein gemachtes Bett für Emma Stone, glaube ich. Ja, von dem, was du erzählt hast, auf jeden Fall, ja. Ja, also das, alles andere, obwohl, anatomierend ist Fall, Sandra Hüller hat auch sehr, sehr gut gespielt. Nein. Doch. Das war sehr langweilig. Lily Gladstone, die ist ja, ähm, äh, die ist ja, glaube ich, Black, Blackfeet, äh, Native American, ähm, könnte natürlich auch sein, dass man im Zuge der, ja, Diversity, dass man dann sagt, okay, jetzt, ja, vielleicht hat sie da ein paar Bonuspunkte oder so in der Richtung, könnte natürlich auch sein. Die war auch stark im Film, Killers of Flaumund, wobei der ganze Film war nicht so gut, aber sie war stark wirklich, ähm, also vielleicht ist es so ein Kopf an Kopf zwischen Emma Stone und Lily Gladstone, ja. Und ich möchte nur mal ankreiden, dass bei Best Supporting Actor, dass William Defoe nicht nominiert ist, ähm, der wirklich großartig war in, äh, Poor Things, stattdessen ist Mark Ruffalo nominiert, den ich hier in der Rolle nicht so stark fand, wie, wie sonst üblich, also ich hätte dann eher umgetauscht, hätte eher gesagt, William Defoe hier nominieren und, ja, was haben wir noch so Schönes? Hier ist irgendwas, äh, bester animierter, äh, Film, äh, der Junge und der Reiher, den hat mir ja lange in den Kino-Charts, ne, Elemental, Naimona, Robot Dreams und Spider-Man Across the Spider-Verse, da wäre ich bei Spider-Man, eindeutig. Ja, Spider-Man auf jeden Fall. Ja, genau, obwohl es wahrscheinlich wieder Elemental oder sowas wird, oder vielleicht sogar der Junge in der Reihe, der letzte. Nee, Spider-Man war schon stark. So, ein bester internationaler Film, so, den machen wir noch und dann, so, äh, Lo... Ich weiß, was international ist. Lo Capitano, äh, von Matteo Garone, Perfect Days von Wim Wenders, ähm, Society, hier, die, die Gesellschaft, das Schneegesellschaft hieß es, glaube ich, äh, von J.A. Bayona. Die fand ich ganz cool. Äh, The Teacher's Lounge, also das Lehrerzimmer. Fand ich nicht so gut. Äh, The Zone of Interest. Also... Ey, da sind sogar mal was dabei, was ich gesehen hab, Society of the Snowbirds machen, weil den hab ich gesehen. Ähm, da tippe ich auf, Zone of Interest, weil den hab ich jetzt oben überall ausgelassen, wo er nominiert war, da wird er das gewinnen, auf jeden Fall. Aber ansonsten, du weißt ja, international ist nur Stuttgart. Ja, nach all der Scheiße. Okay, also ich bin sehr gespannt, ähm, wer das hier macht. Ähm, ein, was möchte ich noch hervorheben, Godzilla Minus One ist leider nur für einen Oscar nominiert, nämlich für Best Visual Effects, ähm, und... Leider. Ja. Es erwartet, dass Godzilla als bester, äh, Schauspieler dargestellt hat. Das ist kein dumpfer Actionfilm, Godzilla Minus One. Best Actor, Godzilla. Also, ich geb dir den mal, äh, man kann den leider noch nicht mal auf Blu-ray irgendwie vorbestellen, leider. Man kann nur das Poster bestellen bei Amazon. Ähm, aber wenn, wenn ich den hab auf Blu-ray, den werd ich mir auf jeden Fall holen für meine Sammlung, werd ich den mal geben und dann wirst du selber sehen, das ist kein dummer Actionfilm. Das ist ein richtig, richtig guter Film, ähm, wo, ja, ab und zu mal Godzilla auftaucht. Das ist eher Story. Deswegen hat auch Steven Spielberg den so abgefeiert, das ist halt richtig gutes Storytelling. Und, ähm, deswegen, also ich hätt den vielleicht sogar, wenn der nominiert gewesen wär als bester internationaler Film, ähm, hätt ich völlig unterschrieben, ja. Ja, aber nominiert ist auch noch bei Best Visual Effects The Creator, den haben wir, glaub ich, gesehen im Streaming auf, äh, was war's, Apple oder Disney Plus oder so. Ähm, Guardians of the Galaxy 3, Mission Impossible Dead Reckoning. Da waren die Visual Effects natürlich auch saugeil. Und Napoleon, puh, nee, fand ich nicht gut. Äh, okay. Hey, sehr spannend. Also heute Nacht auf ProSieben einschalten, Jimmy Kimmel wird's hosten und mal gucken, wer's dann wird. Bin sehr gespannt. Werden wir nächste Woche vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben's jetzt schon einige Male genannt, bei der goldenen Himbeere. Warum hab ich den Film geschaut? Okay, ich hab Mut zum Trash, ich geb's zu. Ähm, ich hatte tatsächlich irgendwo, ähm, Exorzistbekenntnis oder wie's im Original heißt, Exorzistbeliever. Ähm, und mich interessieren so ein bisschen diese Exorzismusfilme da. Das ist immer ganz interessant, wie's gemacht ist, wie das dann so langsam Einzug hält, dass dann irgendwie die, äh, ja, die Verwandten oder so erkennen, oh, da ist irgendwas. Äh, und dann, wie sie es versuchen zu lösen und so. Ich hab ja auch diesen letzten Film angeschaut gehabt mit Russell Crowe, der ja auch bei den, bei den nominiert war für die Himbeere. Äh, den ich aber ganz gut fand, ne. Und auch als damals hier der William Friedkin, der Exorzist, nochmal als, ähm, Remastered nochmal ins Kino kam, hab ich den damals in Innenstadtkinos geguckt und so. Naja, jedenfalls, ähm, in diesem Film, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich überhaupt die Story noch zusammenbringe, da war so ein höheres Ding. Das spielt irgendwo, erst mal, glaub ich, ah, wie war das, äh, hä? Also, hä? Hä? Ich lese hier grad die Story, die hier steht, das deckt sich irgendwie nicht ganz mit dem Film, den ich geschaut hab. Ähm, ich glaub, das beginnt irgendwo in, in Afrika oder so, mit welchen, das, das wird hier gar nicht erwähnt in der Story, die ich hier grad lese. Ähm, und da merkt man dann, dass irgendwas komisch und dann macht das so einen Sprung und dann ist dieselbe, dieselbe Familie ist dann ein bisschen später irgendwo in den USA und, ja, das eine Kind ist offensichtlich eins von den Kindern von der Mutter, die früher da in Afrika dieses Erlebnis hatte oder sowas. Und, ja, die Kinder gehen dann in den Wald und machen da so, was halt Kinder offensichtlich machen, so versuchen, irgendwelche Geister zu beschwören oder sowas. Ja, wer macht das nicht? Ja, sind dann plötzlich weg, die Kinder, ähm, die Eltern begeben sich da auf die Suche und finden die nicht und die kommen dann nach drei Tagen plötzlich wieder und können sich aber gar nicht erinnern, dass sie drei Tage lang weg gewesen sind und, ähm, tja, werden dann auch erstmal ins Krankenhaus und untersucht alles, ob sie irgendwie vergewaltigt wurden oder sonst was alles und wird aber nichts gefunden und die wissen auch selber nicht, was denen da passiert ist in der, in der Zwischenzeit. Ja, alles ein bisschen mysteriös und dann wird's halt doch, äh, dann weird, weil das taucht dann halt, äh, tauchen dann halt irgendwie komische Sachen auf. Das heißt, die, die Kinder, die zeigen dann komische Zeichen und, ja, man merkt halt, mit denen stimmt irgendwas nicht und dann werden sie alle beide wieder ins Krankenhaus gebracht und wenn irgendwelche Leute, random Leute, die ja aus der, aus der, äh, kirchlichen Community da, da ist natürlich so ein Priester, der so fast so ein bisschen von seinem Glauben abgefallen ist, der wird da wieder reingeholt und irgendeine, so eine Frau, die früher mal äh, sehr religiös war, die findet dann auch wieder, ach, ein Riesenschmalz, ey, boah, ganz furchtbar und, ja, dann wird natürlich versucht, das auszutreiben und jeder versucht es natürlich, es klappt natürlich alles nicht und natürlich weiß der, äh, wissen die Dämonen, die da in den Kindern stecken, die wissen natürlich dann auch Sachen über die Leute, die versuchen da, das auszutreiben, na, die sprechen, die sprechen in, in anderen Stimmen und so und, und sagen dann Sachen aus der Vergangenheit, die nur sie eigentlich, äh, die niemand weiß und, ach, ja, das war alles ein Riesenscheiß, ey, das war ganz, ganz furchtbar, auch die Effekte, noch nicht mal die Effekte waren gut, ne, die heutzutage eigentlich relativ, also heutzutage mit den, mit der aktuellen Software und alles, da geht ja sehr viel, der Trailer sah halt ganz gut aus, deswegen bin ich irgendwie drauf gekommen, mir das mal zu klicken und es war aber nicht gut, also es war wirklich, also jetzt lese ich natürlich hier nominiert für die ganzen Himbeeren, da hätte ich wahrscheinlich die Zeit gespart, ähm, aber ich gebe da auch, na, vielleicht muss ich noch ein bisschen abwehren, ich gebe da 2,5 von 10, also es ist wirklich so, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, zum Glück, also ich verdränge immer so schlechte Filme relativ schnell, ja, ähm, also nicht, nicht anschauenswert, auf jeden Fall, Exorzist Bekenntnis wird dann bestimmt demnächst auf diversen Streaming-Plattformen dann auch zu sehen sein, okay, dann gucke ich nur noch mal ganz kurz in den Serienbereich rein, was da so Neues gibt, äh, die Serie Neustart der Woche, ähm, Serien, ich habe ja jetzt auch mal angefangen für Fortsetzung folgt, so ein bisschen die Hausaufgaben abzuarbeiten, da haben wir Constellation auf Apple TV+, den kann ich empfehlen, ähm, Rough Diamonds auf Netflix, mh, kann ich nicht so ganz empfehlen und auf RTL Plus gibt es ein Remake von Quantum Leap, Zurück in die Vergangenheit, ähm, wer sich erinnern kann, war früher eine Serie, die echt cool war, ähm, wo immer jemand so zurückspringt in irgendwelche anderen Körper und da irgendwelche Sachen, Sachen lösen muss, Kriminalfälle oder irgendwas, ähm, ja, da habe ich reingeschaut, aber was ist denn bei den Neustart, dafür, äh, da hört ihr dann irgendwann in ein, zwei Wochen dann bei Fortsetzung folgt, kann ich euch empfehlen, den mal zu abonnieren, da hört ihr dann dort ein bisschen mehr, ich gucke gerade mal, was läuft Neues an hier, auf am 12. März läuft auf Sat.1 eine Serie an, eine neue, die heißt The Irrational, gibt es mittlerweile zwei Staffeln, ist eine NBC-Serie, mhm, keine Ahnung, worum es da geht, ähm, dann, ach ja, nach dem Attentat startet auf Apple TV+, am 15. März, da geht es um das Attentat auf Abraham Lincoln, da habe ich jetzt auch schon mal den Trailer gesehen, als ich bei Apple TV diese, diese, ähm, Constellation-Serie geschaut habe, da kam der Trailer, sah ganz interessant aus, dann startet auf Sky am 15. auch noch Helgoland 513, wo quasi irgendwie ein Unglück passiert oder Pandemie oder irgendwas und es flüchten sich welche nach Helgoland, die bauen sich da so eine Art Vault, äh, wo sie überleben können, an nämlich genau 513 Personen. Den Trailer von Fallout, ne? Ja, den müssen wir auch noch ansprechen, ja, genau, also es wurde jetzt ein Trailer gelauncht für die Fallout-Serie und richtig gut fand ich, also ich liebe einfach alles da dran an den Trailer irgendwie. Sieht extrem gut aus. Auch Walden Gawkins als, als so Ghoul, ähm, herrlich und natürlich dann auch mit der Sterlern-Bruderschaft und mit der, äh, ja, der Power-Rüstung und so weiter, es sieht so gut aus. Ich hoffe, ich hoffe, die Serie hält, was sie verspricht. Kommt auf die Story an sehr. Ja. War so ein bisschen, da war so ein, so ein, so ein Quatsch-Humor drin an der einen Stelle im Trailer. Da habe ich noch überlegt, so, hm, naja, aber ja, Fallout hat ja auch immer ein bisschen Humor drin, ne? Ja, eben. Also, mal gucken. Also, es startet aber erst am 11. April, glaube ich, oder so, ne? Oder so, ne? Ja. Ne, 12. April habe ich gerade gesehen. Ähm, so, was haben wir noch hier, ähm, ne, das ist nur eine weitere Folge, äh, warte mal, Black, Black Cake startet auf Disney Plus, eine neue Serie, äh, gleichnamigen Roman, aber hier stehen auch mal keine Infos mehr, so ein Mist. Okay, na, dann mache ich nicht mehr viel weiter hier, das, das bringt nichts, wenn ich hier keine weiteren Infos habe, also nach dem Attentat ist es auf jeden Fall empfehlenswert auf Apple TV Plus, die haben ja immer gute Serien. Helgoland kann man durchaus mal reingucken, wenn das eine neue Serie ist, die da in Deutschland produziert wurde. Ich glaube, da haben auch, ähm, äh, namhafte Produzenten mitgewirkt an der, an der Serie, ich glaube, die, die auch bei das Boot irgendwie produziert waren. Na gut, okay, dann war's das mit den Serien Neustarts. Kate ist ja heute nicht mit dabei, ja, der hat bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen gehabt. Dann, Musiktipps, haben wir beide nicht drinstehen. Ich würde jetzt spontan einen machen, oder wir lassen es mal aus. Wir können so aus. Ja, lassen wir es mal aus. Ich hab so viel Musik aber die letzten Tage gehört, also ich hätte auch direkt was, das ist gar kein Problem. Ich hab fast nur diebe Schmutz gehört, weil ich auf dem Konzert war. Ja, wie du möchtest, wir können gerne was machen, also ich hätte auf jeden Fall was. Was übrigens, ähm, also ich war jetzt zum ersten Mal in München in der Olympiahalle zu einem Konzert. Und ich gehe ja viel auf Konzerte. Und man kann ja sagen über die Bayern, was man will. Aber ey, die Olympiahalle ist schon echt gut. Also ich schaue ja auch gerne solche, solche Bauwerke schaue ich mir gerne an, so von Architekturseite her, irgendwelche Stadien oder, oder solche Sachen, ähm, wie so die, die Wegeführung ist, ja, dass sich da nicht irgendwelche Wege großartig kreuzen, so, dass du die, 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 die Besucher auf eine gute Art und Weise führst, ja, wo, wo sind die Sanitäreinrichtungen, ja, wie viele gibt's davon, ja, wo sind die Umkleiden oder nicht Umkleiden hier, die, die Garderoben zum Beispiel, ja, wo, wo sind zum Beispiel die, ja, die, die Imbissstände, wie ist das alles geregelt, ja, und so weiter. Ähm, und das ist richtig gut gemacht in der, in der Olympiahalle. Du kommst gut hin, es ist gut gelegen. Ähm, die, die ganze Situation ist wirklich top, also von der, ich sag mal so, von, von dem Innenraumbereich, von der, ähm, ja, ist eigentlich von allen Konzerten, die ich bis jetzt so gesehen habe, die so einen größeren Maßstab hatten, ist das wirklich das Beste. Top-Notch, also kann man wirklich nix, nix Negatives sagen. Also wahnsinnig gut alles. Du kommst schnell rein, da, wo du hin willst, du kommst schnell wieder raus. Garderoben ist top gemacht. Also die Infrastruktur richtig gut, Olympiahalle. Wahnsinnig gut. Ich hoffe, wenn sie jetzt bei uns hier, bauen sie ja unten auch ein bisschen was um. Ich glaube, die, die Schleierhalle, da wird ja umgebaut oder soll umgebaut werden. Haben ja noch nicht mal angefangen. Gibt's ja wie immer Diskussionen im Schwabenländle. Macht man das? Jetzt macht man's nicht. Und dann kommen irgendwelche Demos und dann. Und Demonstranten habe ich da jetzt noch keine gesehen, da wird die Schleierhalle unter die Erde verlegt. Ja, die kommen dann online statt. Und dann gibt's irgendwie, und dann wird's nicht rechtzeitig fertig. Und dann sagen alle wieder, ja, warum wird das nicht rechtzeitig fertig? Und so, ja, weil alle vorher demonstriert haben dagegen, ja. Na gut. Ähm, ja. Aber ich freue mich drauf, wenn sie das auch vielleicht ein bisschen aufpimpen, denn die Schleierhalle. Jetzt, wo ich die Olympiahalle gesehen habe in München, oh, da habe ich schon so viele Verbesserungsmöglichkeiten gesehen. Das wäre schon geil. Ja. Aber es ist auch das einzig Gute an München. Nee, Spaß beiseite. Gibt's schon andere. Na gut. Ähm, heute geht's auch schon wieder auf dem Konzert. Oh Gott, oh Gott. Jetzt werden lang. Oh, was gibt's heute? Heute gibt's James Blunt, aber in Stuttgart. Ah. Ja. War das der? War das der? Da habe ich meiner Frau die Tickets geschenkt, aber ich finde den auch gut, ja. Jawohl. Aber der weint doch immer so beim Singen, oder? Das stimmt ja gar nicht. Das war Philipp Porcel. Entschuldigung, ich habe nur gefragt. Das war Philipp Porcel, der immer so jammerig, alles so schlimm, alles ganz furchtbar. Den mag ich aber eigentlich ganz. Ja, okay. Da habe ich schon Schlechteres gehört. So, jetzt habt ihr quasi selbst Musiktipps bekommen, entweder Philipp Porcel, James Blunt oder Tipe Schmuth und könnt euch was raussuchen. Dann, ja, bis nächste Woche dann. Mal schauen, ob ich in der Sneak war oder nicht. Seid gespannt. Mal gucken. Ansonsten gucke ich irgendwas anderes. Ja, danke fürs Mitmachen, Chris. Bis morgen. Oder auch nicht. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Bitcoin im Prinocast. Bis bald im Kinocast. Untertitelung des ZDF, 2020